mit den türen weiß noch nicht wie das machen soll das ist das große problem an diesem design ansonsten geht das eigentlich ganz gut bis jetzt 123 123 123 mal wenn auf der schaufel müssen 123 da so groß soll das lagerhaus gar nicht werden so groß die stadt nicht haben könnte man hier das so machen dann müsste da einer hin da 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 und ne hier so von innen sieht man später nur das holz das lagerhaus kurz außen so ein böllwerk und innen so klein ok man hat eine wendstärke von zwei meter also das wäre eher ein bunker als alles andere woanders geht es ja nicht es muss ja auch kein großes lagerhaus werden soll ja hauptsächlich und nicht allzu zweckmäßig werden soll ja auch bei design hier sein so machen wir fangen mal an da komme ich dran so geht doch und jetzt geht es hinten weiter zack 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 zack... 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 zack 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 zack... zack zack ver trazern wir fangen��� und dann kommen wir uns jetzt da nicht schnell wieder und machen jetzt noch die letzten Säulen ne der war falsch und das und das äh jetzt geht es mir aber lange auf den Keks hier so ja jetzt könnte man glauben man ist fast in Athen fast aber da sind wir nicht das soll es auch so nicht werden so es ist ein Lagerhaus ein Lagerhaus hat in der Regel einen ganz eingeraten Fußboden man könnte auch Glattstein hier rein machen als Fußboden ach ne so weit brauche ich gar nicht das hier muss ja nur weg so nimm mal Glattstein als Fußboden würde ich sagen hier äh so weit brauche ich gar nicht so so weit brauche ich nicht so aber das stört nicht wenn ich jetzt Stein habe so ähm ja wir haben ein wenig Eichenholz gefällt da steht notfalls noch welches äh ich möchte hier natürlich vorher ein wenig Erde auslegen nein da nicht da 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 ne doch richtig oh es wird dunkel und wir sollten dann mal ganz schlau nicht zurückkehren und hopp und hopp und hopp und hopp so ihr könnt natürlich auch die Monster ausschalten während wir bauen aber das möchte ich gar nicht die sollen schön anbleiben ich möchte nebenbei nämlich noch ein paar Monster kloppen wenn es geht natürlich wenn ich so schnell zurück bin wie jetzt geht das nicht dann legen wir uns nämlich schnell mal ins Bett mhm ooooh guten Morgen so ja wir brauchen irgendwann Kies um Wege zu bauen wir müssen Schienen legen wir müssen das machen jedes machen welches machen so da sind unsere Säulen zack hier sieht ja fast aus wie die Säulen von Mykonos oder irgendwas oder von Athen oder irgendwas aus da kriege ich schon Gegend da hinten das sind doch vier oder nicht das sind drei sind auch drei ach jetzt weiß ich was vergessen habe ach jetzt weiß ich was vergessen habe ach jetzt weiß ich was vergessen habe so zack 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 so schöner wäre es wenn ich den so halb da rein bauen könnte das wäre natürlich viel optischer eindrucksvoller so so wie sieht denn das jetzt aus hm wie würde denn das aussehen wenn ich das anders mache so das rauben wir mal kurz hier raus dann kann ich dann nämlich das so machen kurz so ja das geht egal den Opfer ich jetzt dafür ist mir jetzt auch egal äh das ist Fichte genau zack 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 Und zack, und da drüber, zack, 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 ne, das sieht nicht aus, gefällt mir nicht. Ähm, das, das, das weg, und dafür, das, das, das hin. Hm, das wäre natürlich einiges größer, aber nicht so, wie ich es mir vorstelle. Hm, das inversetzt, das müsste so genau so halb sein. Ähm, ach, es sind so drei, ne, ja, egal. So, sowas brauchen wir hier ja auch, das kommt erstmal da hin. Und dann, das soll erstmal reichen, zum Ausprobieren. Halt. Dann müsste das hier aber aus Pflasterstein sein. Nee. Gefällt mir alles nicht. Vielleicht muss ich mir, wann andere, anders mal überlegen. Das mit dem einen drin gefällt mir, also sag ich mal so, so ähnlich möchte ich es haben. Das sieht aber schöner, das kann man leider nicht machen, wenn es nur so halb da drin wäre. Nicht so um einen Meter. Weil ich habe hier eine Spannstärke dann von zwei Meter, und oben, wo ich dann meine Wand hier drauflaufen. Wow. Hm. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage. Ähm. Ja. Das ist wirklich jetzt die große Frage. Was macht man? Alter, diese blöden Samen. So, dann aber hier nochmal weg. So. Ähm, das heißt, zwölf Stück habe ich wieder. Das kann ich hier mal vorsetzen. Na, da doch nicht hin. Und nochmal. Zack, zack, zack. Äh. Gibt es doch gar nicht. So. Das sieht schon nicht schlecht aus, wenn man das so macht. Besser als wenn das so aussieht wie eben. So, nochmal. so, 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 na. So. So, 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 so. Und den dazwischen. Dann fehlt mir das hier. So, so ein Halbstein hier runter fehlt mir. Dann würde ich es machen. Deswegen hat ja gesagt. Das sieht aber nicht aus. Aber das sieht aber nicht aus. Selbst wenn ich hier jetzt aber canal Intelli goal ersetzen würde. würde das wegnehmen würde und mache so dann müsste ich das wegnehmen das wegnehmen genau ich hab ja nicht mal diesen halben block da ich hätte 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 das so dass so so und oben drin kann ich dann nur noch das so machen und das sieht nicht aus auf der ecke nee das sieht überhaupt nicht aus es geht gar nicht mehr das geht nicht ja stunde ist fast rum und wirklich gebaut habe ich nicht und erzählt habe ja auch nichts mache ich das so habe ich halt viel platzverschwindung innen dadurch ist jetzt auch keine möglichkeit wie ich das ändern kann mich jetzt nur als hier gebäude nutzen möchte dann werde ich so machen wir bauen mal das gebäude einigermaßen fertig und dann sehen wir weiter das war so das war so das war so und dazwischen kommt der wegnehmen und da man und das und das und das ja jetzt heißt es auffüllen aber auffüllen können wir nicht ganz wir haben so viel material dafür nicht so 3 so ja gut das habe ich jetzt noch aufgehoben keine ahnung ein kleines fünnchen ist dabei rausgekommen auch fein so hier bekommen wir jetzt noch ein bisschen holz ein holz soll es nicht mangeln eigentlich wenn jetzt hier keine extra plantage dafür aufbauen das sehe ich nicht ein wenn wir hier auch auf holz sind und wir brauchen holz dann werde ich den bauplatz definitiv wechseln ansonsten hat es nämlich keinen sinn ich habe keinen bock ewigkeiten holz zu farmen vor allem wenn wir das in einem anderen ort machen können so gerne kurz schlafen und dann gehen wir weiter so und dann überlege ich mir mal was was ich erzählen kann weil ich bis jetzt ja gar nichts erzählt überlegen brauche ich nicht ich habe genug themen die habe ich einmal so und erst mal gute nacht so guten morgen so haben wir wieder platz so was habe ich denn so an themen was ich denn sowas erzählen könnte ich habe mir natürlich was zurecht gelegt darunter fallen eigentlich mal wieder ein bisschen eigenwerbung die let's show beziehungsweise die server welt ist ja draußen oder paar neue folgen vorerst bis folge fünf weiter geht es erst einmal nicht aber da komme ich gleich noch mal zu dann habe ich weiterhin noch weitere themen aller sozialen netzwerke hätte ich da auch mal so ein angebot wieso das thema soziale netzwerke ist akt relativ aktuell bei mir weshalb wieso warum komme ich auch noch später zu das waren so schwarz zwei bereiche was habe ich noch so ja muss ich fällt mir gerade nicht ein muss ich sagen ich habe mir drei themen zurecht gelegt das war einmal soziales netzwerk oder soziale netzwerke dann war es das andere thema also meine let's show welt und dann war da wirklich noch ein drittes thema ich fällt mir nicht mal ein alzheimer live ich hätte es mir aufschreiben sollen ja aber eins nach dem anderen so machen wir hier mal ein bisschen licht in die sache so licht im dunkeln oder hatte ich das vielleicht sogar angesprochen äh ich glaube nicht so na ein halbes thema kann man es nennen habe ich noch was mir gerade so einfällt andere let's player wieder mal ich will nicht über andere let's player herziehen sondern äh äh ja wie soll man es sagen ich spiele ja selber let's plays genau damit fange ich jetzt an ich spiele ja selber let's plays oder spiele sie ja und ja ich stelle immer wieder an mir selber fest dass ich auch andere let's plays gucke das ist ja kein Geheimnis und daran stelle ich immer wieder selber fest was mir extrem an den anderen let's playern gefällt und was nicht also es gibt let's player größere kleinere da gefällt mir nicht alles vom let's player oder ja nicht alles ähm zum beispiel in minecraft da habe ich so zwei die ich eigentlich gerne gucke wobei den einen gucke ich schon in den letzten zwei Stück gar nicht mehr äh den würde ich gerne gucken aber ich habe irgendwie keine Zeit dazu muss ich leider gestehen